Wir sehen zum Beispiel, dass Facebook eine Software entwickelt gegen Google, die möglicherweise erfolgreicher ist in der Werbung. Es gibt Leute, die sagen, in vier Jahren gibt es kein Kumpel mehr. Dann gibt es wiederum Leute, die sagen, in zwei Jahren gibt es kein Apple mehr. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, in zehn Jahren gibt es kein Bruder mehr. Aber da werde ich schon dafür sorgen. Die jungen Leute hier. Also die Begeisterung, die sich einfach zusammensitzen und wahrscheinlich rund um die Uhr hier wirklich coden und designen. Ich glaube, die werden nicht früh schlafen, schätze ich mal, sondern wirklich in voller Begeisterung ihren Job machen und das finde ich echt klasse. So können Sie jetzt mit dem